So. Oh, Wollörtchen. Ja, vor allem brauchen wir noch mehr Drohnen. Yo, yo. Ich erkunde mal ein bisschen die Gegend hier. Ach ja. Weiter vorrücken. Kann ich ja mal gucken hier, was die Tür so dagegen gibt. Keiner darf überleben. Erstmal die Einheiten zerstören. Das wirst du bereuen. Und dann die Gebäude. Ist schon das erste hier, was zerstört ist? Jo. Komm, kämpf mit mir. Erstmal das Psi-Dings hier. Nicht viel Zeit. Macht keine Gefangenen. Los erst. So, wir müssen den hier die Inavid-Zufuhr wegmachen. Das hilft schon. Weil dann können wir die Gebäude nicht mehr betreiben. Zack. Dann hauen wir das Ding weg. Dann haben wir schon mal das erste. Und dann kommen wir direkt da oben mal hin. Zu diesem Bonus-Ziel. Um unsere... Ach so, das macht uns dann noch besser, wenn wir die... So. Zack. Das hätten wir. Weiter vorrücken. Auf. Eins weniger. Selbst bin ihr unsere Relais zerstört. Werden wir Shakuras bin nachher. Erstmal... Isha, errichte eine Brutstätte an diesem Ort. Ich brauche den Schwarm. Wäre gut. Ja, das stimmt schon. Das wäre nichts Schlechtes. Mein Brutstädtchen. Ich höre. Ähm, hier... Mal ein bisschen heilen. Und dann sehen uns die Gegner, glaube ich, auch nicht. Oh, oh, oh. Solange kein Sturm ist, sind wir natürlich auch nicht sicher. Ah, sehr gut. Das wollte ich hören. Das wollte ich hören. Können wir jetzt hier auch so ein... Ja. Können wir nämlich hier auch, äh... Loslegen und, ähm... unseren zweiten Standpunkt aufbauen. Rückt weiter vor. Vernichtet die Protoss. Du hast meine Aufmerksamkeit. Erstmal... Verstärken hier. Durch die... Materialchen. Wo ist sie denn? Der Schwarm schläft nie. Hä? Muss ich da oben rum, oder was? Nichts stellt sich mir in den Weg. Okay. Nötchen habe ich noch. Nötchen habe ich noch. Oh mein Gott. Kein Problem. Weiter vorrücken. Dann machen wir mal hier alles ein, so. Dann verstärken wir uns erstmal. Los jetzt. Zack. In diesem Fall wieder besser geworden. Ah. Hört sich doch gut an. Okay, das lohnt jetzt nicht mehr. Ähm, da noch weiter vorzurücken. Da müssen wir dann... Du kannst mehr Overlords erschaffen, um deine Versorgung zu erhöhen. So. Wir brauchen mehr Overlords. Der Kryosturm endet. Mhm. Das dachte ich mir. Auch wenn die hier keine Energie mehr haben, die machen mich hier nervös. Machen wir trotzdem mal weg. Dann warten wir noch bis zum nächsten Krugelsturm. Dann gehen wir wieder... Äh... Voran. Würde ich sagen. So. Ein paar Arbeiter. Dann mutieren wir einen der Arbeiter mal hier zu so einem... Espin-Gasier-Ding. So, was können die denn noch so bauen? Ermöglicht Schaben aus Larven? Das haben wir ja schon. Hm. Zerklinge haben wir auch. Ein Upgrade-Dings könnten wir vielleicht noch bauen. Weil Upgrades... ...sind immer gut. Wie sind die denn da hingekommen? Egal. Lassen wir die Basis da unten... ...in Ruhe? Das ist ja egal. Ein Kryosturm wird bald hier sein. Dann... ...verlassen wir uns auf die Basis hier. Geben wir die halt auf. Das bringt, glaube ich, jetzt... Was ist denn hier los? Hallo? Was war das denn? Okay. Ähm... Ich glaube, das... ...macht keinen Sinn, da... ...großartig... ...Einheiten reinzupumpen, um da unten die Basis zu retten. Die Protos sind wehrlos! Greift an! Ja. Ich muss hier nur eben einmal... ...die Arbeiter draufschicken, also... ...los! Der Schwarm ist hungrig! Los jetzt! Was war der denn? Was hat der Vorrücken? Die Mütchen haben wir. Dann können wir hier die nächsten schon mal kaputt machen. Der Schwarm schläft nie. Diese Welt gehört mir. Zack. Nehmen wir hier alles auseinander. Komm! Kämpf mit mir! Du darfst keine Gefangenen. Vorwärts! Wir haben nicht viel Zeit. So, weiter geht's. So viele Einheiten auch wie möglich zerstören... ...schon mal in der Zeit, wo die eingefroren sind. Ach, jetzt komm mal. Keiner darf überleben! Das ist die hier an. Naja. Komm! Kämpf mit mir! Es endet hier! Macht keine Gefangenen! Zwölf Sekunden noch... Oh, oh, oh! Ne, 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 ne! Komm! Weg! Der Kryosturm zieht vorüber! Das machen wir beim nächsten Sturm, weil ich hab Angst, dass die uns dann... ...komplett auseinander... Achso, das sind... ...angegriffen! Hab ich nicht grad schon so'n Ding gebaut? Ich könnte schwören, naja. Naja, lass die mal da unten, ist egal. Der Schwang-Cluster wird angegriffen! Jetzt fliegen die trotzdem noch da unten... Na, ist egal. Ist egal! Latze machen! Wollen wir noch mal ein... ...Ovalortchen? Wir brauchen mehr Overlords! Unsere Streitkräfte! So, wie sieht das hier aus? Ich grab mich mal ne... ...Zeit... ...ein... ...Wat ist das denn hier? Ich pack hier mal ne Tastatur, oder? Äh, irgendwie... ...meine Maus... ...was ist das denn? Hallo? Unsere Drohnen werden angegriffen! Muss ich mal eben gucken... ...die Kündchen... ...was sagt denn hier in der Maus irgendwas? Ne... Hm! Hm! Ja, wie soll ich denn hier vernünftig... In wenigen Momenten wird ein Kryosturm eintreffen. Die Kryostürme werden versagt... ...es wird schwieriger sie auszunutzen. Das ist ja mal voll bescheuert... Ähm... ...ich mach jetzt hier mal einen kleinen Schnitt... ...und äh... ...ich... ...guck mal... ...ich start mal neu oder so. Äh... ...bis... ...gleich... ...ich... 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 ...johu... ...da sind wir wieder... ...äh... ...einmal das Speichern hat schon gereicht... ...um... ...äh... ...hier dann wieder richtig herzustellen... ...er hat zu spüren... ...der sind meine Leute... Achso... ...und dann... ...puh... ...der kam genau richtig... ...der kam genau richtig... ...woll eigentlich neu starten, aber... ...ähm... ...speichern hat schon gereicht... ...irgendwie... ...ich weiß nur noch nicht, ob ich das jetzt schneide oder nicht... ...äh... ...muss ich noch mal gucken... ...wahrscheinlich nicht... ...war ja nicht gar nicht... ...ich hab echt nur gespeichert... ...von daher... ...lasse ich das glaube ich so... ...da... ...muss... ...ah... ...das macht ja nix... ...so... ...dan machen wir jetzt mal das zweite Kampff... ...wie dauert ja n... ...wie...wat... ...das wirst du bereuen! ...der dauert ja nicht gerade lange der Sturm... ...keiner darf überleben! ...der Schwarm schläf nie! Egal... ...那我們 hier ein bisschen was weg! Wir sollten uns bis zum nächsten Sturm zurückziehen. Ja. Das hört sich vernünftig an. Wollen wir hier ein paar Schaben? Ja, die kommen schon noch zurück. Das ist, das wird, also, das, äh... Ne? Ist doch schon. Is null problemo. Unsere Streitkräfte wären angegriffen. Ach, Mist. Aber... Wie... Was war denn das Forschungszentrum? Da, Upgrade-Möglichkeiten. Zack. Ach, Kollegen. Seid ihr noch ganz bei Trost hier? Dass das nix wird, hätte man sich auch denken können, oder? Mensch. Dann halt euch mal. Äh... Zwei Overlords machen wir. Ein paar Zerklinge machen wir. Die Evolutionskammer ist gleich fertig. Dann können wir unsere Panzerung und so verbessern. Mh... Panzerraum erstmal. In wenigen Momenten wird ein Kryosturm eintreffen. Das heißt, für uns, wir gehen schon mal los. Lass uns das hinter uns bringen. Und, äh... kommen dann wahrscheinlich an, wenn die... Eingefroren werden. Wir haben nicht viel Zeit. Los jetzt. Ein grüner Sturm ist eingetroffen. Gibt nie. Und da frieren die ein. Jetzt hauen wir hier... Weiter vorrücken. Hier das Dings weg. Und verziehen uns wieder. Keiner darf überleben. Ja, doch. Sollte ihn laufen. Das sollte doch klappen. Lass uns das hinter uns bringen. Es wird nicht mehr. Lass uns das hinter uns bringen. Wir sind nicht mehr. Auf den Turm. Auf den Turm. Alle auf den Turm. So, und wieder zurück. Der Skarm schläft nie. Wunderbar. Das hat ja hingehauen. Nur noch eins ist übrig. Es ist zwecklos, Kerrigan. Ne, ne. Jakunas wird euch vernichten. Der grünen Sturm endet. Nicht anders.